Kürzlich gab es auf YouTube ein neues Video von B.A.B.S. Kelly, in dem es darum geht, warum Meghan nicht sofort Zugang zu allen königlichen Juwelen erhielt, und warum Meghan auch diese wunderschönen Diamant-Grünleuchte-Ohrringe des Prinzen Mohammed bin Salman von Saudi-Arabien trug. Während ihrer Zeit als arbeitendes Mitglied der königlichen Familie trug Meghan Makele oft glitzernden Schmuck, von baumelnden Ohrringen bis hin zu Juwelen besetzten Diademen. Es gab jedoch einen Fall, in dem ihr geraten wurde, kein wertvolles Schmuckstück zu tragen. Im Jahr 2018 forderte König Charles seine Schwiegertochter auf, zu einem besonderen Anlass keine Tiara zu tragen. Die Herzogin von Sussex wurde von einem Schwiegervater gewarnt, dass der Schritt als zu extravagant angesehen würde. Die Mail-On-Sande behauptete, Meghan habe gehofft, dass eine Tiara aus der königlichen Sammlung ihr Outfit auf ihrem Weg nach Fidji vervollständigen würde, doch Charles schritt ein und wies sie darauf hin, dass die Zuschaustellung von Reichtum in den Commonwealth-Ländern aus diesem Grund als extravagant angesehen werden könne, sie haben es nicht zugelassen. Die Royals sagten, ein derart aufwendiges Accessoire würde als Reminiszenz an eine vergangene Ära angesehen werden und sei daher für eine Veranstaltung auf Fidji ungeeignet. In der Zwischenzeit hatte die Königin William bereits erklärt, dass Meghan grundsätzlich keinen Zugang zu ihren Juwelen haben dürfe, es sei denn, die Königin gebe ihre Erlaubnis, wie zum Beispiel bei der Tiara für eine Hochzeit. Sie bekam nicht die Tiara, die sie wollte, sie bekam die Tiara, die ihr die Königin geschenkt hatte. Und es scheint, dass auch Harry darauf aufmerksam gemacht wurde, und wenn Harry es wusste, dann wusste Meghan es auch. Zurück zu Revenge entschied sich Meghan dafür, umstrittene Diamantohrringe zu tragen, die von einem saudischen Prinzen geschenkt wurden. Sie wusste, dass die Ohrringe umstritten waren, und sie wollte für diese Nacht eine Tiara, aber er wurde gesagt, nein, während ausgerechnet Kessarin gleichzeitig im Buckingham Palace eine Tiara tragen durfte. Meghan wurde Nein gesagt, und so musste jemand zahlen, und sie sorgte dafür, dass diese umstrittenen Diamanten bemerkt, fotografiert und in allen Zeitungen berichtet wurden, um die königliche Familie in ein schlechtes Licht zu rücken. Und es hat funktioniert, obwohl es glücklicherweise etwas nach hinten losging und Meghan wie eine Verliererin und nicht wie die königliche Familie aussehen ließ. Also versuchte Meghan wieder einmal, mit dem Tragen der umstrittenen Ohrringe einen schwarzen Fleck auf die königliche Familie zu hinterlassen, weil sie nicht bekam, was sie wollte. Sie trug es auch, weil es teuer war. Die Sars-Axis vertraten die Königin auf ihrer königlichen Tour und hatten Zugang zu allem, was sie brauchten, solange die Königin es für angemessen hielt. Wenn es ein Stardessen mit formellen Wachen und Diademen gegeben hätte, hätte die Königin Meghan eine Tiara geliehen. Da dies nicht der Fall war, tat sie es auch nicht, und die Königin ließ nicht zu, dass Meghan unangemessene Accessoires trug, nur weil Meghan glänzende Juwelen wollte. Meghan war überzeugt, dass sie die gleichen Privilegien wie Kessrin haben sollte, da sie mit Hubradus verheiratet waren. Sie nahm sich nie die Zeit, auf das Protokoll zu hören, sondern genau das, was sie wollte. Können Sie sich vorstellen, dass ihre Majestät Königin Elisabeth II. ihr eine Platin- und Diamanttiara im Wert von einer halben Million Pfund anbot und Meghan schmollte und loslegte, weil sie das Maragtiara wollte? Ich schäme mich für sie.